Leute, lang, lang ist es her, oder? Die ganzen YPC-Talks und sowas alles haben das Ganze verhindert, dass das Freitags-Unboxing irgendwie nicht mehr stattgefunden hat und wir hängen ein paar Pakete hinterher. Eine Sache muss ich schon mal sagen, ich hatte ein Paket von Lunatic bekommen, das habe ich schon aufgenommen, das Unboxing, weil ich es vor meinem Niederlande-Urlaub aufgenommen habe. Auch das Paket, was ich jetzt hier vom Spinrite-Shop habe, hatte ich schon einmal kurz aufgemacht, aber nur um einmal kurz zu linsen. Ist da was vielleicht für den Niederlande-Urlaub drin? Jetzt überlegt mal, wie lang ist der Niederlande-Urlaub her? Ja, ewig, ewig ist es her. Na, deswegen Leute, 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 herzlich willkommen wieder beim Freitags-Unboxing hier. Diese schöne Matte von Custom Fishing-Scales gemacht, Leute. Also, falls ihr da mal auch sowas haben wollt, dann könnt ihr da gerne mal euch melden. Und hier, wenn ich hier meine Adresse liege, haben wir heute ein Paket vom Spinrite-Shop, Leute. Vom Spinrite-Shop. Ich freue mich wirklich, ich freue mich wirklich, weil die Jungs hatten schon auf der Messe gefragt. Ey, Steve hat nämlich gefragt, da habe ich das Paket schon ausgepackt. Die Jungs vom Spinrite-Shop hatten mich gefragt. Und ey, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir sind wieder soweit und wir klappen das ganze Ding mal auf und schauen mal, was hier so drin ist. Es ist schon Staub angefallen. So lang hängt das hier schon. Also, wir sehen, wir haben einmal ein Paket von Steve angelt. Wir haben hier einmal was Scaliges in so einer Tüte verpackt. Ich weiß gar nicht. Wir fangen einfach mal mit dem Paket von Steve an. Okay. Vielleicht ist da ja auch eine Mütze drin. Von Victor. Wer weiß. Steve, schau dir das mal an. Wie staubig das Ganze ist. Wild. Aber coole Verpackung. Ach, die hast du selbst gemacht. Da ist ein Aufkleber drauf. Alter, wie lange steht die das schon. Ich habe dir noch gesagt, ey. Karton steht immer an der Toilette. Die ganzen Kartons, die ich dann auch zum Unboxing habe, stehen immer an der Toilette, Leute. Stehen immer an der Toilette. Und jetzt wollen wir nochmal gucken, was hier drin ist. Eine Mütze, oder? Es kann nur eine Mütze sein. Ich mache mal auf. Ne, ist keine Mütze. Oha. Oha. Es sind Köder. Oder? Keine Frage. Ich habe auch wieder dabei. Svenny. Svenny ist mit dabei. Und Uv. ist auch wieder mit dabei. Svenny und Uv. Und hier haben wir auf jeden Fall ein paar Köder. Einfach so eine ausgewählte Kiste von dem guten Steven, Leute. Vom guten Steven. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Fangen wir an mit einem Köder von MR Bates. Und das Witzige ist, ich habe von MR Bates jetzt tatsächlich auch ein Paket bekommen. Und zu der Firma werde ich euch auf jeden Fall die nächsten Wochen an einem Freitag mehr erzählen. Denn die machen verrückte Köder, weil wenn euch da, glaube ich, ein Köder kaputt geht oder so, dann habt ihr die Möglichkeit, den einzuschicken und die gießen euch den neu. Aber mehr dazu dann. Guckt euch an, wie geil der aussieht. Wie geil der glitzert, ey. Wie geil der glitzert. Krass. Krasse Sache. Wow. Uv aktiv. Wir können ja mal testen. Der erste Uv-Test hier. Keine Uv-Aktivität. Aber im klaren Gewässer, dieser Köder oder auch ein bisschen motoräulig, vielleicht auch im Kanal. Etwas drüber im Kanal. Dieser Köder, mega. Ich hole den auch mal raus. Ich will einfach mal checken. Für euch. Ohja. Können ich den Schwanz abreißen. Boah, der klebt hier fest, ne? Dann brauche ich mal den Svenny am Start. Svenny. Zack. Svenny macht die ganze Tüte kaputt. Ja, schön. Aber wir müssen den Köder befreien. Hängt wahrscheinlich schon länger in der Tüte drin. Aber nee. Es geht schön verpackt. Eigentlich von Steven auch. Sieht das an. Sieht das einfach mal an. Geil, ey. Sieht richtig geil aus. Schönes, großes Auge. Sehr, sehr hart. Ich habe Angst, dass ich, wenn ich es weiterziehe, dann reißt der. Aber sehr, sehr hart. Aber trotzdem noch elastisch. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Köder haben. Jetzt kommt der Fisch von unten. Falttest. Hier seht ihr. Kann er locker einfalten. Der IC Faltköder-Test, wisst ihr, haben wir öfter. Ja, Sky. Gefällt mir sehr gut. Schwingt hinten noch so. Hängt hinten auch extrem runter. Und, ähm, ist hinten nicht so stabil. Also ich denke, der hat eine richtig gute, richtig gute Aktivität im Wasser auch. Und da gibt es einen Effekt mit den goldenen Flocken und den selbenen Flocken. Gefällt mir sehr gut. MR Baits, Leute. Dazu kommt noch mehr. Das ist besser nicht. Was haben wir hier? Nasty Baits. Nasty Baits. N-B. Nasty Chick-Ash Deep-Fried. Als wenn die tiefgefroren sind. Die sind doch nicht tiefgefroren, oder? Deep-Fried heißt doch tiefgefroren, oder? Ich glaube schon. Nasty Bait. Habe ich tatsächlich noch nichts von gehört. Aber die gab es auch auf der Angelwelt Berlin. Ich kann mich, die hatten ein richtig großes, ähm, richtig großes Banner. Und, ähm, oh ja, seht ihr? Die Flocken, UV-Aktiv. Rote Flocken. Stark. Und, ähm, sehr nice. Tasty Chick. Heißt, ich schau mir in die Augen. Was ist das für eine geile Köder-Beschreibung? Tasty Chick, einer für alle. Ein Köder, der sich hervorragend für eine viele Netzmontagen, wie zum Beispiel Kickback, Dropshot, Carolina, Tokyo und Texas Rick geeignet, aber auch klassisch am Jigkopf gefischt werden kann. Mega. Ich hole mal einen raus. Ich probiere jetzt mal nicht kaputt zu machen, denn ich will ja auch noch was haben, für euch zu verlosen. Aber die kann man einfach so easy rausnehmen. Ja, sehr, sehr dunkel. Und man sieht diese UV-Flocken tatsächlich. Glaub ich erst, wenn ich jetzt mit der UV-Lampe draufgehe, oder? Oder hat der keine? Doch, doch, der hat unten ein paar Flocken. Seht ihr? Die roten Flocken. Ja. Richtig dunkler Köder. Also in trüben Gewässern. Auf jeden Fall sehr geil. Ähm, da seht ihr diese Glitzerflakes. Seht ihr? Dann mit schönen, großen, roten Augen. Oben dunkel. Hier habt ihr noch so eine Rille. Um auch Offset-Haken gut zu platzieren. Oder auch ein normaler Haken. Damit der Köder nicht sofort kaputt geht. Und hier unten auch. Und den Köder ist stark an beiden Seiten dran gedacht. Die Rille dran zu machen. Sehr, sehr geil. Und auch hier. Oh ja, der ist schön elastisch. Richtig schön elastisch auch. Ist der flavored? Irgendwas ist der flavored. Steht das da drauf? Oder ist das einfach nur das Gummi? Ich lese mal gerade. Äh. Äh. Betörender Duft, der jeden anlockt. Aber es steht nicht genau drauf was. Oder ich sehe es nicht. Squid flavored. Ah doch, Squid. Squid. Äh. Geil. Okay. Ich pack ihn wieder rein. Denn ich würde sagen. Die Packung geht auf jeden Fall schon mal raus an euch. Auch als Giveaway in der nächsten Angel-News. Denn da habe ich eine Weihnachtsüberraschung für euch, Leute. Da habe ich eine coole Weihnachtsüberraschung für euch. Ich werde es da schon mal sehen. Geil. Das ist schon mal nice. Herzlichen Dank dafür auch, Steve. Mega. Dann. Jäger, ne. Jäger waren auch so geil wieder auf der Angelwelt Berlin. Haben mir erstmal als Geschenk die süßen Boys einfach mal die Hechtroute mitgegeben. Und ähm. Und ihr neues Hechtküter Set, ey. Ich liebe diese Jungs einfach. Die sind einfach cool, Mann. Aber cool. Was haben wir hier? Jäger. Das sind wieder die Ready to Fish Sets. Und hier haben wir einmal das Carolina Rig. 79mm. 8,8 Gramm. Auspacken. Jäger. Ready to Fish. Na. Die haben voll viele von diesen Sets. Jäger. Einfach. Einfach. Gute Boys and Girls. Was haben wir hier? Was vom BKK? Ich wusste gar nicht, dass die auch Köder machen. Ich dachte, die machen nur Haken. Mikado. BKK guckte ich das mal an, wie der aussieht, ey. Der M-Tail. Ist fast so wie so ein Willow Leaf schon. Also, dass der ein bisschen weniger läuft. Aber es sieht aus wie so ein guter Mix. Auf so einem Willow Leaf und dem runden. 3 Gramm. Also perfekt für den Bach, ne. 5 cm ist ein perfekter Köder für Bach, ey. Werde ich, glaube ich, beibehalten. Und nächstes Jahr, ähm. Im Bach mitfischen. Bite and Fight. Ich weiß sowieso. Super wenig am Bach. Da muss ich auf jeden Fall wieder öfter hin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin sowieso, ihr wisst. Shatterbait und, ähm. Jigspinner. Das sind meine Köder. Geil, Mann. Freue ich mich sehr. Oh, hier haben wir hier Creatures. Ey, aber so Lörche. Aber so Lörche. Da steht nix drauf. Einfach so Lörche. Habe ich so Tümpel, wo ich so viel Lörche habe? Fällt grad nix ein, ey. Aber so Lörche Creatures hab ich noch nie gesehen. Geil sind die denn, ey. Der Schwanz ist erstmal mega geil, ne. Also der hat bestimmt viel, viel, viel Output, viel Ausschlag. Ne. Dann die zappeligen, ähm, Beinchen hier. Oh, die Augen. Die spürt man richtig. Haben sie extra auch größer gemacht, die Augen. Wie man hier sieht. Größere Augen. Und, ähm, ja. Dann kann man die ja mal Offset haken. Dropshot. Carolina, Texas oder sowas fischen. Richtig, richtig schöner Köder. Gucken wir, ob der UV-Aktiv ist. Oh, ja, guck dich das Grüne an. Oh, ho, ho, ho. Ist der UV-Aktiv. Krass, Mann. Krass. Richtig, richtig stark. Richtig stark. Glitzert schön. Geiler Köder, muss man sagen, ey. Muss man sagen. Nächstes Jahr hab ich mir auch vorgenommen, ein bisschen mehr Finesse zu angeln. Mal gucken, was daraus wird. Mal gucken, was daraus wird. Ich hab mir schon wieder so viel vorgenommen. Aber dazu dann mehr im Dezember. Wenn es mal eine kleine Nachrichtenflaute gibt, dann erzähle ich euch mehr zu meinen Plänen. Was haben wir hier noch? Was ist das, Leute? Auch so eine Art Jigspinner. Mit so einem runden Leaf. Wir machen mal den Korken auf. Ja, es ist ein Jigspinner. In Pink. Ich denke, der ist UV-Aktiv. Mit so einem runden Blättchen hinten. Länger hat es vorbei. Wenn da Gewichtsressen drauf oder so. Wirkt erstmal relativ schwer. Aber wirkt, denke ich mal, relativ nice für so Forellenbach oder sowas. Da könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Weil es fühlt sich schon so an wie so ein Spoon. So ein bisschen. Schönes pinkes Auge. 100% ist der. Ist der auch UV-Aktiv, oder? Ja. Ja, ja, ja. Da könnt ihr das sehen. Sehr, sehr krass UV-Aktiv. Sehr, sehr krass. Den würde ich gerne am Brellenbach auf jeden Fall mal fischen. Ja. Cool, ja. Hier. Verlängerter Zweierhaken. Guck mal, gerade kann sich eigentlich beim Wurf auch einhaken. Ja, das teste ich hier mal gerne bei den Spinjigs. Ne. Ob die das Produzieren noch daran gedacht haben. Weil das passiert so häufig, wenn man wirft und der Haken hängt dann im Jigspinner drinnen. Immer nervig, ja. Immer, immer nervig. Habe ich auch beim Detle Jigspinner gesehen. Da kann das nicht passieren. Da haben die daran gedacht. Dann haben wir hier ein paar gute Dings. Neun Kilo. Snaps. Das Wort haben wir gerade fehlt. Zehn Stück. Herzlichen Dank. Von Sensual. Dann haben wir hier die Karte von Stevie the Beavey Angelt. Von Angler für Angelt Steve. Noch ein richtig cooler Typ. Muss man wirklich sagen. Hier, falls ihr ihn mal kontaktieren wollt. Ich denke, das ist seine Karte. Ich hoffe. Ich schreibe gleich mal, ob ich das reinnehmen darf oder nicht. Aber. Hier. Ich hoffe, er hat so eine dienstliche Nummer. Und dann haben wir hier nochmal Steve Angelt Aufkleber. Spinrite Shop Aufkleber. Und. Und. MR Haken. Wofür steht er mir eigentlich? Das werdet ihr noch herausfinden. Ich selber. Auch. Hey Steve. Herzlichen Dank für dieses geile Paket schonmal. Und. Wir sind noch nicht fertig mit dem Paket. Sondern. Wir können jetzt daraus eigentlich schon ein Video machen. Steve Angelt schickt mir ein Paket. Aber es geht jetzt noch weiter. Mit dem Paket von Spinrite Shop. Da ist noch mehr drin. Und. Ein bisschen haben wir hier noch. Wir haben das hier noch. Aufkleber. Hier ist noch was. Und natürlich. Die guten Müllalbtüten. Die dürfen nicht fehlen. Ne. Catch & Clean. Ist dieses. Das nächste Jahr auch wieder. Dieses Jahr ein absoluter Erfolg gewesen. Hat alles in den Schatten gestellt. War richtig stark. Catch & Clean Beutel. Und dann gucken wir mal. Wir haben hier einmal. Ein Forge of Lewis Apfeltasche. Eine Forge of Lewis Apfeltasche. Und. Wir haben einmal. So eine Spinrite Shop Scale. Das. Und wir haben noch ganz viele Aufkleber. Und was haben wir hier. Eine Fangkarte. Ach vom Fang Event. Ja. Nice. Ähm. Das war auch. Da hatten wir auch in den Newsüber berichtet. Über das Fang Event Leute. Ähm. Ich weiß gar nicht ob das überhaupt noch ist. Fangen wir in 5.0. Müsst ihr mal googeln. Weil es nicht mehr ist. Ne. Und hier nochmal ein schöner. Ne. Ein schöner Infozettel. Zu. Den. Jungs und Mädels. Von. Catch & Clean. Sehr sehr geil. Ich wusste gar nicht dass sie so einen Infozettel haben. Boah. Fühlt sich so an als wären das mehrere Seiten. Aber. Die sind es gar nicht. Cool. Cool. Das werden wir erstmal weg. Dann. Gucken wir uns mal. Als erstes. Die. Die Apfeltasche wirkt. Spannend. Die machen wir zum Schluss. Die Scale. Sehr hochwertiger Verschluss. Finde ich wirklich. Stark. Der Verschluss ist so richtig hochwertig. Gucken wir erstmal der Seite. Ich habe schon manche Scales gesehen von Firmen. Und da ist das Firmen Logo hier in der Mitte. Und der Verschluss geht da drüber. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. So. Boah. Hier mit so einem Straffungsding. Auch geil. Richtig cool. Habe ich es auch noch nicht gesehen. Sonst einfach nur so dass man es drum wickelt. Und dann so. Mit so einem Straffungsding ist super geil. Hat sich einer Gedanken gemacht. Sehr sehr geil. Ist das eine Spinrite Shop Scale? Vielleicht vom Fang Event. Ist das vom Fang Event? Boah. Erstmal. Hier ist ein Aufkleber. Fisch Scale 24. Maßarbeit. Na. Das sind die Jungs von mir jetzt von Fisch Scale 24. Und hier. Spinrite Shop D. Ah. Das ist glaube ich auch woher. Hey. Fishing zum Beispiel die Scale haben. Oder? Spinrite Shop. 10, 20, 40. Boah. Wie geil ist das denn? Schaut euch das an. Aus Berlin direkt. Ne. 60. 70. Hier nochmal Spinrite Shop Logo drauf. Wie weit kann ich? 90. Der. Ist das der Fernsehturm aus Berlin? Der ist direkt im Zentrum. Ne. Im Stadtgebiet. Bei der. Weltenuhr. Glaube ich. Und hier nochmal. Der Berliner. Vogel. Geil. Ja. Schönes Geil Leute. Schönes Geil. Wirklich. So. Als ich mir das letzte Mal. Die Scale hier. Zusammengerollt habe. Habt ihr mich ausgelacht, weil ich es falsch gemacht habe. Ja. 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 Ich kenn euch doch. Jungs und Mädels im Internet. Hä? Jungs und Mädels. Ich kenn euch doch. Ich kenn euch doch. Ich kenn euch doch. Pfff. Pff. Pfff. Pff, pfff. Pchtf. Ja, okay. Lass wir es. Kommen wir zur Apfeltasche, Leute. Die Apfeltasche. Ich bin sehr gespannt. Forge of Lures habe ich übrigens sehr viel Kontakt zu Rick. Forge of Lures, schöne Grüße. Und wir wollen auch in den Talk reingehen. Also da könnt ihr euch was gefasst machen. Rick wird euch die ganze Geschichte von Forge of Lures erzählen und über die Köder und was noch darauf euch zukommt. was ich mega cool finde. Ich habe die beiden Rick und den anderen habe ich schon wieder vergessen vom Forge of Lures, den ich getroffen habe. Auf der Messe in Berlin getroffen und das war super geil. Richtig herzlich direkt. War richtig schön. Hat mich richtig gefreut. Alter. Tigerwobbler. Leute. Wie böse sieht der aus. Da ist ein Rassel drin. Hier. Alter Schwede. Boah. Den finde ich auch nicht zu groß. Und jetzt ist der super geil für die Hechtzeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendein unten am Körper hat, der noch Voraktivität hat, aber strahlt halt das UV-Licht komplett ab und hier unten die Triggerpunkte am Haken. Oben drauf hätte vielleicht noch was gekonnt, damit man den Köder sieht bei der Führung vielleicht, aber weiß nicht, ob das so wichtig ist. Eine schöne Öse auch. Hier einfach rangezogen und fertig ist. Hat auch viel Freiheit, viel Spielraum. Der Köder. Damit er auch schön ausschlagen kann. So wahrscheinlich. Zack. Zack. Oder wenn man einfach einleiert. Ich hoffe, der läuft so geil. Die Haken. Die wird schwer. Ey, gefällt mir richtig gut. Das ist der erste in dieser Form, den ich jemals so gesehen habe. Ich kenne so den Westin Swim. Kenne ich. Den Scanner kenne ich so eine Art. Aber so in der Form wird mir jetzt auf die Schnelle nix sein. Wohl hier noch was in der Nähe. Ich bin gespannt, was da kommt. Forge of Flurs, Leute. Gefällt mir sehr, sehr gut. Super interessante Marke. Super innovativ. Und ich bin gespannt, was da mit denen noch auf uns zukommt. Spinrite Shop. Steve. Alle Leute von Spinrite. Von Team Spinrite. Herzlichen Dank für dieses geile Paket. weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und ja, ihr seid der Wahnsinn. Ihr seid der Wahnsinn, Leute. Dicker Kuss geht an euch raus. Euer Icy. Und falls ihr im Wasser seid, Leute, dann wünsche ich euch ein dickes, dickes Petri. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Euer Icy. Hier kann ich sein Herz machen. Hier. Junge, ich bin der schlechteste Herzmacher. Hier für euch. Das ist jetzt das Icy-Herz. Das Neue. So. Das Neue. Das Neue. Bis zum nächsten Mal.